Bei der wieder einmal lange vorher ausverkauften NB-Kochshow am 24. Oktober war der bekannte Schauspieler Jörg Schüttoff Gast von Intendant Daniel Ries. Als Fritz Delvo war er Hauptkommissar im Tatort oder im Film vorwärts immer Otto Wolf alias Erich Honecker. Seine schauspielerischen Leistungen wurden in der Vergangenheit unter anderem mit dem Adolf-Krimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis oder dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Diesmal ging es auch um persönliche Leidenschaften und Vorlieben von Jörg Schüttoff. Und gekocht wurde natürlich auch, wieder gegen die Uhr und bestückt mit vielen Pointen. Das Publikum hatte viel Spaß dabei und konnte mitentscheiden, beispielsweise ob die Rouladen nun mit oder ohne Senf zubereitet werden. Die nächste Kochshow gibt es übrigens am 20. März 2025.